Es gibt halt keine, keine Stellen, wo man sagt, so Oh Gott, ist das auch so Nein, das gibt es nicht Das ist ein bisschen sehr anders, ja Oh, please Nein, fuck off, scheiß, drecks, sauf Oh, oh Ich bin nervös Ey, ich muss sagen, ich bin so nervös, ich muss eigentlich nur auf Toilette Geh, geh gerne, ich geh jetzt noch ganz kurz auf Toilette und dann starten wir Morgens für Korde Morgens, schön Ja, wir würden starten, Leute, naja, aber der Riki, der schaltet einfach mal 18 Stunden Werbung vorher Ah, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte Es ging darum, dass wir, wir machen das Erdgeschoss und den Keller Genau Ne, das wollte ich sagen Also bis zum zweiten Bowser Und Leute, ihr seht schon, der Riki, der ist schon weit hinter mir Shooting not allowing, please Not allowing, ist mir egal, was du mir laust Nur zum besseren Verständnis, jetzt machen wir 100% Wumms Wuchtwald Und bevor die Leute gleich fragen, das kommt nämlich gleich Warum, ihr könnt doch kombinieren Nein Nein Fertig Riki wollte ja mal Der wollte ja mal ein 16 Sterne Speedrun machen, ohne vorher irgendwas davon geübt zu haben Das nur einmal gesehen zu haben Ich bin drauf Ich auch Ab ihn Nein, ich bin drunter durchgesprungen, scheiße Der verarscht mich bestimmt, der verarscht mich Oh, jetzt verarscht er mich gerade, ich merke es Jetzt wird's mir klar Komm schon, verkacken Ich mach einen richtig weiten Bogen, so kann ich's nicht verkacken Verkack's Ich kann es nicht verkacken mit so einem großen Bogen Verkack's Ich, ich Nein Ich hab sie verkackt Das ist, die ist verarscht Ganz knapp Hab sie Fuck Fuck Fuck, 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 fuck Er verarscht mich, er verarscht mich Nein, jetzt, wo bleibt die fucking Eule, da Oh, nein So, ich hab schon 45 Münzen Ach, ja, die 100, oh nein Nein, lass mich in Ruhe, halt die Fresse, ich werde es jetzt nicht hören Ach, Mario, please Please, please Scheiße Nein Okay, ich hab sie auch Fuck Nein Aber der Rücken ist ein guter Schauspieler, ne Yes, ich hab ihn sofort bekommen Nein Doch Oh, scheiße Instant Yeah, geiler Typ Ja Ich hab 195 Schön für dich Standard Ja Könnt ruhig mehr sein, ihr dürft mehr werden Ja, bei mir auch, bei mir auch Meine Mutter ausschaut wieder, was machst du heute mit Sohn? Sag ich, ich mach heute ein Rennen Ja Wie? Sag ich, ja, im Spiel Ach so, hat sie gesagt Ich hätte es jetzt auch ganz stark gewundert, wie ich jetzt losgelaufen wäre Ricky? Ricky? Du bist weg Ich höre dich nicht Nein Fuck Ach, ich hab das Kabel von dem Mikrofon rausgezogen Oh Fuck you ins Knie Ne Dieser beschissene Pinguin nochmal Meine Fresse Nein Ich hasse diesen Pinguin, ehrlich Scheiße Was hast du vergessen? Geh da Nein Was denn? Ich hab mich schon wieder verkrankt Hast du heute mal die Chance Geld zu verdienen Oh Stimmt Mit 76 Zuschauern Ich hab direkt 10 verloren Bei dem Absturz Nö, den Scheiß tu ich mir nicht mehr an Was soll das denn? Bei mir seht ihr alles in Smoven 25 FPS Oh, scheiße, scheiße Dieser scheiß Pinguin Ich hab den Schneemann, wie kann ich denn den Schneemann verkacken, bitte? Der ist einfach vorbeigerollt an dem Kopf Was soll das denn? Ah, ja Ah, die armen Ricky-Fans, ey Wie die Fans des HSVs Ach, jetzt fängst du auch noch damit Die haben's nicht leicht Jetzt 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 Schade Nee Mach dich falsch Wie hab der Bowser Ich wollt grad sagen Hat er jetzt Was? Ich hab jetzt den 28 Sternen grad eingesammelt Es ist wirklich so Ähm, Nessi Würdest du Bitte Please Oh nein Oh nein Ich wusste, es hätte ein Waldsprung sein müssen Aber von hinten Wo bin ich? Ich korne halt die Fresse Ich bin hier nicht schlecht Scheiße, das hat nicht funktionieren Fuck Ach, please Geh da hoch, Mario So Ich hab gewonnen Ich glaub, ich hab gewonnen Na, wobei Da bin ich auch unfassbar gut drin Wie in allem Nein, nein, nein Nein, nein Gestorben Ja Oh, please Ich höre dir Genossenhaft zu Genüsslich zu Oh, please Oh, Gott Ist das aber jemand Nein Das gibt es nicht Das gibt es nicht Warum denn zur Hölle Das kann doch nicht wahr sein Entweder man guckt beide Oder man guckt nur mal einen Das ist einfach so Das ist Fakt Ich möge die Leute auch nur mich Und dich nicht Dann guckst du es gar nicht Ich will dich ja nicht hetzen Aber ich hab jetzt Stern Nummer 38 Das ist mir egal Das ist dir gar nicht Watch out for the rocks Achso Fuck Fuck off Fuck Geht er hoch Oh, Gott im Himmel Er ist oben Bin jetzt raus aus dem Level Eingeholt Eingeholt 98 Eingeholt 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 Nein Wunder gefallen? Ich kann den Stern nicht einsammeln Warum nicht? Ich kann den Stern nicht einsammeln Ja, ganz doof gesagt Dein Pech, ne? Ja, wenn das jetzt Ich das verknallt Kann ich aufgeben Nein, da ist eine Wand Leute, ohne Spaß Ihr seht doch, dass er da Gegen eine Wand Knall Wenn ich die gelbe Box Oh, fick dich ins Das hätte ich wissen sollen Natürlich Sie ist positiv Was soll ich daran positiv sehen? Jetzt haben wir beide gleichzeitig Ab mit den 100 Münzen Ich dachte, du hast ihn Nein, ich wollte dich verarschen Damit du Druck hast Hast du ihn jetzt oder nicht? Nein, ich hab jetzt 4 Münzen gerade Weil ich wieder gestorben bin Game over Nein, dieses Stoff Auge Dieses Auge Dieses Auge Ah Es gibt halt keine Keine Stellen Wo man sagt So Der Wollo Oh, please Nein Fuck Fuck off Scheiß Drecks So Wie viele Sterne hast du denn? Die Sterne ich hab Das dauert viel zu lange Du musst erst mal durchrechnen Wie viele Sterne er an dieser Stelle haben müsste Ja, Moment, stumm Ich weiß nicht, wie viele Sterne Ich hab mal einen gehabt Der hat sich beschwert Hat nicht eine Dose getroffen Von 15 Stück Ja, weil der Ball präpariert war Nein Nein Ich bin Oh Und ich ziehe zum Beispiel nicht mein Shirt aus oder sonst Was sollst du denn? Das will auch keiner sehen Ja, das denke ich auch, dass es keiner sehen will Trotzdem ist das ja dann immer so eine witzige Bestrafung Wie stehst du zu Musik? Magst du Musik? Ja Ja, okay Du hast vorgesprochen Kommst du jetzt auf den? Weiß ich nicht Das ist mir gerade immer so eingefallen Du bist auf die Und wenn 27 eigentlich so Die Wahrheit eigentlich nicht Willst du eigentlich sagen, dass du nicht so bist wie dein Let's Plays? Verstellst du dich etwa? Du redest nicht durchgehend Non-stop Was? 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 What's going on here? What's going on here? Oh, please, Mario, please Ich hab eigentlich nie Rückenschmerzen Ich hab nur ganz kurz immer so ein bisschen Dass mir der Rücken ein bisschen weh tut Wenn ich auf den Lama schon warte Und dabei gerade stehen muss Wenn du zu lange gerade rückenschwärst Dann ist der Hammer, ehrlich Ich glaub 60 Ja, Rico sagt Ja, geht Boah, Rico, wenn du mich verarscht, ne? Da ist aber richtig was los Alter, da ist was los, ne? Weißt du? Gehst du jetzt rein in die Pyramide oder nicht? Bist du drinne? Ja Mit wie viel Münzen? Ich hab jetzt nach zwei Goombas 58 Münzen Okay Rico Dexter, alter, hast du mich jetzt verarscht? Ist doch nicht fair Ich hab die 100 voll Nein 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 Wieder hochlaufen Also ich hab 64 Sterne Und du? 64? Ja Ja, ich auch fast Wie hast du denn aktuell? 55 Nein Ob er subscribt hat Bei der Ducky gesagt hat Ach nein Hier subscribt niemand Das packen wir uns mal nichts vor, ne? Ich war noch bei den 150 Ich hab 750 Sterne Das gibt's doch nicht Was? 750 Sterne? 57 Ja, du weißt ja viele Sachen, ne? Mann, das gibt's doch nicht Ich bin der Bowser Erwischt Ich bin hier ohne Erwartung rangegangen Ich hab gedacht Ich stell mich schlechter an Ganz ehrlich Ich bin voll stolz auf mich Und meine Manianer auch Oh Gott Ich hab Bowser jetzt zum vierten Mal Geworfen Und der Stern spawnt Ja, du hast ihn noch nicht eingesammelt Du hast ihn noch nicht eingesammelt Ich hab ihn eingesammelt Du lügst Nein, ich lüge dich Ich bin fertig Knappes Ding Schade Dafür haben wir jetzt ne Pause gemacht Dafür haben wir, ja Für Ich muss doch aber echt auf Klo